Wenn ich ja mal in meinem Leben traurig bin und ich verliere meinen ganzen Urlaub, wo sie ein Platzerl dort geht an ihm und dann ist gleich wieder Gott. Ja, da droht auf dem Berg steht eine Kirche, ganz verlassen, der Weg ist recht weit. Und da droht auf dem Berg bei dem Kirch an, ja, da grüßt ich ja wunderschöns Bleiz. Und dann stehe ich ganz oben und schaue übers Land und mir ist, als gab mir der Herrgott die Hand. Ja, da droht auf dem Berg steht eine Kirche und es hilft mir in Freude und im Leid. Bist du einmal in deinem Leben ganz allein und deine Freunds sind alle fort, gib mir dein Hand und ich werd dir was zorn, und dann geht's da gleich wieder gut. Ja, da droht auf dem Berg steht eine Kirche, ganz verlassen, der Weg ist recht weit. Und da droht auf dem Berg bei dem Kirche, ja, da grüßt ich ja wunderschöns Kleid. Und dann stehe ich ganz oben und schaue übers Land und mir ist fast, als gab mir der Herrgott die Hand. Ja, da droht auf dem Berg steht eine Kirche und es hilft mir in Freude und im Leid. Und es hilft mir in Freude und im Leid. Und es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und es hilft, es heilt die Hitze. Ich bin alleine? Ja. Darf ich nicht drauf? Er tut sie dann ins Auto. Gell, Seck? Kannst du dir nachschauen? Du musst es mal sagen. Du musst es mal sagen. Etwas sagen. Ja. Weit ich mal etwas sagen? Wollte ich nicht sagen? Komm schon in der Ferien. Geht's du jetzt nur. Mit den Frauen ein Foto machen? Nein, nicht nur mit den Frauen. Was ist das denn zum Trinken sein? Nein, aber nicht stimmt. Ich ein stilles Wasser. Stilles Wasser, ja. Und ich nehme. Eine stille Frau. Eine stille Frau. Ich schau dir an Schluss. Das ist ein hohen Gefühl. Ich bin dein Pinot. Der mich in den Himmel fliegt. Hör' ich, du hängst alles. Schau mal. Voll anbühren. Mal etwas näher. Bei Tageslicht. Hier ist es gut. Ist das ein Film? Ja, ein Film. Das ist ein Film. Ja, das kommt von YouTube. Bei YouTube. Ja, das bring ich in YouTube. Ja, das bring ich in YouTube. Aha. Und bei einer Millionen Flixer werden wir dann... Ja. Ihr werdet euch bestimmt nicht wehren gegen das, oder? Ja, stimmt. Oder muss man noch Kaution leisten? Ja. Ja. Von euch. Ja, du gehst jetzt gerade in Zins. Der Max. Ja. Du hast schon geladen. Gut. So. Dann können Sie mal. . Ja, das erzählen wir doch alles schönes. Ich bin ein bisschen schwerer. Du siehst ja noch kümpte, ha? Gehen doch hier her. Warte, dass ich fliege. Dann muss ich einfach so. Dann schnurren wir zusammen. Dann können wir nur mich schnurren. Machst du, du Schöne? Oh. Gut. Nein, das ist schon die erste jetzt. Ich habe gar nicht drückt. Kannst du schon nicht was sagen? Was soll ich sagen? Ja, was? Es ist gleich was. Du bist ehrlich geworden. Was ist das denn der Anarche? Oh nein. Vielen Dank.